Das hat einen Knall gegeben und dann habe ich hochgeguckt und dann kam der ganze Schotter vom Himmel und das ganze Haus ist weg, ist alles weg. Bis oben hoch die Straße, das sieht aus wie nach einem Krieg da. Nee, ich wohne das Haus nebenan, Nummer 3 ist weg und Nummer 5 ist, da wohne ich, das ist auch alles von den Decken gefallen, von der Wand, das steht nichts mehr. Das ist grausam. Das ist grausam.